So, hallo, hallo, dann sind wir auch schon wieder zu Blur. So, was haben wir das letzte Mal gemacht? Wir haben ein paar Rennen gemacht. Und jetzt leiten wir das Destruction und dann das One-on-One an. Yo. Ich werde da nicht im Fort nehmen, ich werde da meinen Nissan wieder nehmen. Das ist ganz gut. Nase, yuki, yuki, yuki. Aber nicht niesen, nicht niesen. Also wieder 1200 Fans, 12 Gs passen und dann ist er einfach nur eine gerade Strecke mit zwei Kurven. Nehme ich gerne mit, nehme ich gerne mit, nehme ich gerne mit. You get all the time exchanged to every Rack until you achieve five lights. Also okay, gut, wir bekommen natürlich ganze Zeit Zeit. Aber wenn wir die fünf Lichter schon haben, danach rennt sozusagen uns die Zeit ab und wir müssen noch so viel klasse beweisen, wie wir haben. Oh ja, kein Problem damit, so. Das und starten! Drei, zwei, eins, los! Und über den Start. Oh, und da haben wir schon das Goal. Hier. Ah, fuck, schon links, ey. So, zack, für jeden Tritt Treffer, den wir aber machen oder jeden Wrecken, kommt natürlich was zurück. Das ist das Blöde. Das habe ich schon beim letzten Mal so ungefähr versucht zu erklären. Aber ich erwähne es gerne nochmal. Ah, ich habe nichts mehr. Und ich drücke hier so Empathie-mäßig. Wow. Wrecking Shot, okay. Ich bin einfach, glaube ich, viel zu schnell schon hier. Mein Gott. Okay, gut. So, die geben, glaube ich, nur einen Punkt. Fuck, ey. Aber? Der Grosse da, der wird bestimmt mehr Punkte geben. Oh, fuck, jetzt haben wir... Wow. Test. Yo, 60 Points. 72 habe ich gemacht. Habe ich denn den Verdammel das bekommen noch? Nee. Scheiße. So, continue. Okay, gut, ist egal. Also, wir haben das jetzt gemacht. Ich mache das jetzt nochmal, oder? Nein. Das, worauf wir alle warten, das. Eins zu eins. These are all-or-nothing-powered-up-Races against a single opponent. Cross the finish line first or wreck your opponent to win. This is no easy feat. These guys are tough. They're at the top of their game. Okay. You'll have to drive faster and fight harder than ever. There's no second place this year. But win, and you'll win big. The prize is your opponent's car in mod. You'll also earn lights for your victory. Now go for it. Ein Renome Gun. Okay, cool. Okay, ich muss mit dem gleichen Wagen fahren, den sie auch hat anscheinend. Restrictions heißt, was man dafür haben muss. Tuned by AC Snipes or the Tailab. AC Snipes. Okay. Acht Lichter. Okay, keine Fans. Zwei Runden. Entweder wir killen sie, indem wir sie komplett kaputt machen, oder wir gewinnen das Rennen. Ja, ich versuche das eine oder das andere. Ja. Natürlich Wacken wäre natürlich das Beste oder das Schnellste, je nachdem, ich weiß nicht, wie viele Sachen hier sind. Aber die könnte uns ja vielleicht auch noch kaputt machen. Das wäre natürlich auch blöde, löde. Zack. Okay. Ich starte natürlich auf Platz 1. Los. So, versuchen wir in Windschatten zu verhören. Mein Leben, ihr Leben, ihr Leben und start. Eins, zwei, geht. Uah. Au. Au. Das habe ich nicht mitbekommen. Das kann sie gerne wieder haben. Nehmen wir dazu hier mit zum Heilen. Für schwere Zeiten. Sie ist ein bisschen hier nach hinten. Sie ist hier nach hinten. Legt hier eine Mine. Ah, fuck das. Ah, fuck. Jetzt habe ich mich geheilt. Nehme ich nochmal eine Heilung mit. Anscheinend nimmt Shannon wohl keine Heilung mit. Ich nehme aber jetzt ein Schild mit. Ah, fuck. Egal. Ich war hier durch. Es lautet mich zwar ein bisschen, aber naja. Ich kann es verkraften. Ah, okay, gut. Der erste ist natürlich so leicht gemacht, denke ich mir. Ah, ich will ein bisschen nach hinten schießen. Schild haben wir jetzt. Falls irgendwas kommt. Also für den ersten ist er natürlich sehr einfach, aber so einfach? Das ist jetzt schon ein bisschen Unterthemen. Da heilen wir uns. Die sind voll. Die Ideallinie, Kurve wäre hier. Flug, Mine. Ehrboot. Und die ganzen Zuschauer links und rechts. Die können aber von mir auch gerne mit abhaben. Wenn wir das, damit wir da nicht so etwas fahren, haben gewonnen. Also ich hätte mir mehr was. Gut, das ist der erste. Die später wären bestimmt genauso schwer. Aber das war jetzt untertrieben. Okay. Und ich habe jetzt ihr Auto, ne? Ja, so ein wenig Fans, weil war nicht. Congratulations. You take in down your first champion. You now own Shannons car in my. You'll find it in the garage with the other cars. Da muss ich trotzdem alle leid. Das ist nämlich, versuch ich dann schon so. Joakim, Wo ist denn ein Mod? Out... Nein... Nein! Weg! Oh wow! Wow! Wir haben jetzt eine Mod, womit wir vom Triple Shot her einfach ein mehr bekommen Oh, die TT ist Coupé Oh nüt Drift Wow! Nice! Oh, jetzt können wir die zum Beispiel färben Oh, wer hätte das gedacht? Dann fahre ich natürlich mit so'n schön giftgrün Oh, als an die Orson Jo, ok Was soll ich sagen? Hier, guckt euch das an Ich fand's cool Danke, dass ihr mal eingeschaltet habt Auch wenn der erste Boss jetzt nicht unbedingt so ne Beste war Ja, und dann sage ich Wartet ab, bis die nächsten Parts kommen Bis dann Und Ciao 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 Ciao